noch zwölf skeffs jetzt gestern war ja echt nichts los auf shoreline skeff technisch oh nein man unten am pier wurde geschossen stahl grüße erden bürger auch wieder nur einer hier an was soll denn das die ganze zeit und hier haben wir an der wand hängt ja gut die jacken brauchen wir nicht mehr durchsuchen die sind leer ohne doch nicht da war schon einer dran war klar ach so du sack ich mein es ja wirklich so also ich habe hier aber so meine aufgaben die ich machen muss um des lieben haus friedens willen ach komm ist doch scheiße mann klappt bei mir nicht ich habe es einmal gut gemeint und seitdem bin ich mode wo habe ich jetzt meinen rucksack hingefeuert ich dachte ich habe umgelegt ich dachte ich habe umgelegt ich sehe ihn noch nicht ich sehe ihn noch nicht Junge, 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 diese Typen aber. Aua! Nehre schon Tuck, Alter. Was? Alter, wie viel will er denn noch schlucken, Alter? Das kann ja nicht fach sein. Och, Mann, ey. Ja, vier Skeps diesmal. Wir steigern uns jedes Mal um einen. Jetzt habe ich immerhin schon ganze sechs Skeps auf dieser Map erschossen. So, zwei Sniper-Skeps, die mich hoffentlich nicht gleich direkt totschießen. Go, go! Inspektor Gadget, Junge. Gleich fahre ich meine Gadget-Arme aus. Junge, 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 ist der zornig. Ey, Alter, beruhige dich, Mann! Und noch zu retten. Von allen guten Geistern verlassen, der Kerl. Wir haben ja eine halbe Weltreise jetzt hinter mir und er sieht mich immer noch. Der will mich doch komplett schon wieder verarschen, oder? Leute, sagt mal, das ist doch nicht normal. Hä? Wo ist er hin? Trottel-Paula, Junge. Es ist ja schön, dass er da war, er sollte sich aber erschießen lassen von mir. Wir müssen ja nicht die Hölle heiß machen. Jetzt ist der Trottel weggerammt. Oh! Da kam er gerade. Ach, Alter! Den blöden Retter habe ich wieder nicht gesehen. Oh, wegen einem Skepfeeder, weißt du. Wo ist er denn jetzt? Ist er tot, ne? Zwischending, so. Das ist vielleicht ein bisschen vergrößert, aber... Na, da bin ich mal gespannt. Ob das ein brauchbarer, guter Hinweis war. Ja, das Scope sieht gut aus. Das gefällt mir. Aber nützt ja auch nichts, wenn keine Skepsis da sind. Zeig so ein schönes Scope, Mann. Ja, siehst du... Ja. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Das kann ich euch sagen. Guckt's doch an. Ich bin schon wieder an tausend Fetzen geschossen hier. Alter, leck mich doch am Arsch, Junge. Pass auf, gleich habe ich mich zusammengeflickt. Kommt der andere, der den anderen Skeps da vorne am Bunga erschossen hat. Und gibt mir eine. Komm, hör mal rauf, Alter. Mann, ist das... Also, messst du dir... Mal rauf, Alter. ... Also. Hm. Нет никого. Привет. Ха-ха. Нет никого. Ха-ха-ха. Опачки. Ха-ха-ха. Ах, да еще один. Ха-ха. 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 Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Aber nö, lass mal. Ich renne gerne auf Schorlein rum. Ich kann mir nichts besseres vorstellen. Ich glaube, ich bin lieber von unten ran. Von da oben ist eklig, weil du die nicht siehst. Auch so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, mache ich es eigentlich sonst immer so in der Mitte. Lass ihn laufen. Ich dachte, das hat mich gesehen, weil er so geguckt hat. Okay, er wollte es wissen. Hol ihn mal schon passiert. Naja, das war mir jetzt dann doch zu heikel. Ich hätte ihn laufen lassen. Aber jetzt hier das... Wo ist er denn hin? Hä? Ach hier. Er hat sich in der Felsspalte bequem gemacht. Dann die anderen Skepsis hat versucht, da noch welche zu finden. Und dann kam der Matze hinterhältig. Mit der gleichen... Mit der gleichen Aufgabe. Ey, wartet mal. Wir haben... Ne, wir haben jetzt sieben. Ja, stimmt. Aber wir haben doch... Naja, komm. Ey, hab ich bloß eins nachher erschossen. Oh, der ist doch umgekippt, Alter. Der hat doch frontal einige gekriegt auf den Frontallappen. Eins, Kev, Alter. Eins, Kev. Junge, 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 Junge. Kommt mal einer ihn zu bejammern? Zu betrauern, Mann. Na bitte. Einer hat ihn entdeckt. Oder ist das der Sniper? Oh. Ja, streckt alle 4 von sich. Es müssten es noch 3 sein. Genau. Das ist ja auch alles tot hier hinten. Das ist doch... Alles tot zu der Wende, Leute. Alles tot. Keiner am Strand. Kein Streffspieler. Kein Streff. Sudden. Unter dem SilVerst. Einmal hier im G hederchen am Strand. Known, Flat. Er ist jetzt das Ziel 1987. Ich helfe die ganze Zeit. Nichts klar, komm, vergiss es. Das, das... Hör mal drauf. Junge, 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 der hat aber wieder geschluckt. So, das waren meine zwei Skeps für den Raid. Wir können, glaube ich, direkt raus und den nächsten, weil mehr werden sie wieder nicht. Ich habe mich schon wieder im Dreck liegen sehen. Endlich abhaken. So viel Zeit für diesen Mist investiert. Okay, mir reicht's für heute. Mir reicht's heute, Leute.